ja 1 zu 0 nur ich hatte die Führung aus zu letztes Mal wenn er mit Schmutz mir das steht ja der Lennart so ich muss machte denn da wo ist er überhaupt ich hab grad voll die Vermutung ist er etwas schon da ist er ja ich kann weiter runter bauen bist du unten drinnen bist du unten drinnen oder bist du unten drunter ach du hast Feuerresistenz genommen und schwimmst jetzt da unten rum das ist schlau da das war der Wecker die doch scheißegal ja 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 das ist jetzt mehr alter scheiße nein ich bin mir halt auch um die Mauer rum oh fuck so hoch alter es voll hart hier warum warum ich komme wieder hoch das ist jetzt 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 muss man hier durchwarten zack klagel ich habe wieder hoch m m m m hallo es ist der Kulte hoch so ich habe es jetzt wieder abgebaut um noch es ist drin lassen ich habe immer viel kommt jetzt erstmal wiederholen und ich mache die Falle kaputt ja k ja 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 das ist ein ganzes ist ein das ist ein sehr gut es hat noch mehr Probleme es gibt es gibt es gibt sie es gibt es gibt es gibt es gibt es gibt ja hallo ich hab er hat für ich habe ich wollte angreifen aber du hast mich ja weggeschossen also doch keine Rechnung dafür dass jetzt hätten darfst ja und der hat jetzt mal kurz gekämpft jetzt auch die ganze gekämpft von Lehrern der Glasflasche ruhig mit und mehr davon so gut das vor allem das geht um der Gott gefragt ob die Feuer also das Feuer bald weggeht bei dem Wetter die ganze Zeit brennt vielleicht muss es gleich weg bis sie denn in Lava dann geht es gleich weg ja nein das ist es geht gleich weg dort und ganz lange doch das muss weggehen für den Mose aber schockt 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 ich bin auf meiner Seite Lohr sie haben geschossen und die Freude auch es wurden die Lava Schubsen Hoho der Traut für die Berechtigung zu kämpfen ich lasse das mal ich kann nicht in ganz wirklich wie lange hätte das eine Feuersistenz ich frage mich auf der Grenze aber ich habe nichts für ich bin ganz normal für Bogen für die ganze Zeit ich schieße sie gebraucht das mal an zu machen es gibt keine Befehle K sich hat und alle er ist bei den und in der Ausdruck sind ein Motto und er hat nur einmal klicken wir eben gedrückt halten was kann ich gedrückt ich will die 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 da ich kann doch einfach zu schnell weg schon ist wieder weg Fick dich ja 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 schießt mich rüber und wie auf der anderen Seite und sie hentren und ich habe noch eine Minute voll sind zwar keine Fall ist es jetzt vorbei wer nicht ich nicht die Säcke sind Schatten die Feuerresistenz vorbei ist der Bruder oder Räuber geschossen hallo die die überhaupt nicht ja die ist total schrocken die auch dann geht das so da verliert Leben ja aber ich bin ich weiß was alles ich hab kein Befehl gemacht oder so ich schwöre das Ganze in der Ende der Folge nachgucken ich weiß nicht ich hab nichts gemacht ich mach doch gerade ich muss mich auch drunter schießt ich hab zum Leben ich brauche einen neuen Versistenzdrang so hat mein letzter das ist nicht gut ich hätte mehr trainigen sollen und für die Kalidie gekriegt als wir hier weiter zurück na der Toner 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 hallo Prozent vor sich rüber und schießt sich trotzdem ab ich finde es wird zum hochladen für mich hallo hallo guten tag hm äh fick dich äh jaja oh ich find mich voll cool hehehe Schauspieler von Banos Winsen wird ja auf 40 wo toll okay ich lass dich weiter vor ja 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 Nennen Nennen zweites Tags erst mal mehr Räuf abschießen